Hallo und herzlich willkommen zurück. Ist schon witzig, wie ich die ganze Zeit immer zurück sage. Obwohl es eigentlich ein Tag dazwischen ist. Ein bisschen Gold. Das erinnert mich gerade irgendwie an Borderlands. Wo man hier alles einfach nur... ...durchsucht. So, ähm... Ja, ich weiß nicht. Soll ich weiter mit dem kämpfen oder mit dem Bogen? Äh, ich nehme meinen Bogen wieder. Ich finde den Bogen sowieso am geilsten hier. Nicht gut. Ich habe auch gerade wieder etwas verbessert. Das ist super. Woher kam das? Ich finde das nicht sehr nett. Oh Gott. Da ist einer. Aua. Hallo. Nicht gut. Gar nicht gut. Kopfschuss. Boah. Ja, hier habe ich schon alles rausgerollt, was man braucht. Ah, jetzt habe ich einen Topf mitgenommen. Super. Ich fühle mich hier nicht sicher. Es ist nicht gut. Dreifacher Schaden. Hallo. Böse. Böse. Treffer. Du bist tot, mein Lieber. Oh. Jetzt habe ich auch noch eine Nordachs dabei. Ah ja. Ein Eisenpfeil. Eisenpfeile nehme ich immer gerne mit. Krüge da eher weniger. Was haben wir denn hier in der Truhe? Ein paar Dietrich. Das ist auch nicht mal so schlecht. Da ist ein Dolch. Den baue ich jetzt nicht so unbedingt. Ähm, ja. Gute Frage. Wieso haben die Leute immer Geld in ihren Graburnen? Wieso? Sind die... Waren das damals Geldmaschinen, die hier beerdigt wurden? Oder... Was? Weshalb? Ich weiß es einfach nicht. Ich wüsste es gerne, aber ich weiß es nicht. So. Wo müssen wir weiter? Müsst mir vielleicht hier unten entlang? Nein. Hm. Was geschwunden? Fell nehmen. Ah. Doch. Wir müssen hier weiter. Die Frage ist... Ah ja, stimmt. Ich bin ja Imperialist. Und ich finde immer Geld überall. Ich habe so eine... So eine Geldnase. Die überall alles findet. Nicht gut. Gar nicht gut. Das hat wehgetan. Oh oh. Nein. Daniel. Daniel. Wow. Treffer, Mann. Perfekt. Schön, dass ich den einen schon im Bett gesehen habe. Er braucht schon Töpfe. Das sind nur Skelette. Nein. Ähm, ja. Okay. Gut. Die Teile kann man drehen. Das sind sechs insgesamt. Okay. Und hier vorne war eine meiner Pfeile. Schön. Gut. Das bedeutet, ich muss jetzt... ...auf dem Weg hierhin diese Teile finden. ...die hier irgendwo sind. ...die hier irgendwo sind. Adler. 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 Nichts. 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 Nee. Nee. Ich sehe hier nur Adler. Ist hier unten vielleicht was? ...was ich übersehen habe. Nee, das war schon das Ende. Gut. Also, hier müsste irgendwo was sein. Ich sollte vielleicht mal den Lichtzauber anmachen. Äh. Kerzenschein. Veränderung verbessert. Super. Schön. So. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Nein. Hier ist auch nichts. Hm. Also bis jetzt habe ich nur Ad... Adler. Adler. Adler gesehen. Hm. Okay. ...oder? Ja, dann versuchen wir mal alles auf Adler zu stellen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber... ...ein Versuch ist es wert. Und ich, äh... ...lag damit vollkommen falsch. Aber wo ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Mal wieder. Ich bin blind. Denn ich sehe nicht, was ich sehen sollte. Komm, gib mir Licht. Ich brauche Licht. Ich brauche Licht hier und Enemien. Das soll ja auch... Das soll ja auch einer der Kritikpunkte gewesen sein. An Skyrim. Es ist einfach viel zu hell sein... ...sein soll. Hm. Die Mods machen das jetzt natürlich... ...um einiges dunkler. ...üben... ...hier sind überall nur Adler. Was soll ich machen? Verdammt noch mal. Hier gibt es eine Truhe. Super. Okay, nicht gut. Gar nicht gut. Perfekt. 18 Gold. Gibt es hier vielleicht... ...irgendwelche Anhaltspunkte... ...aber weiter gehe ich nicht zurück. Köpfe. Nö. Hm-hm. Gut. Boah, was habe ich denn übersehen? Was so wichtig ist. Dass ich es übersehen habe. Oder dass ich es übersehen konnte. Oder hätte ich einfach nur... ...auf den Schalter drucken müssen. Nö. Hier ist nichts. Oh. Hm. Dahinter. Oh. Wie idiotensicher ist das denn? Hä-hä. Schlange. Adler. Na, aktivier dich. Ich weiß nicht, was das... Das ist ein... Ist das ein Fisch? Auf jeden Fall müsste das jetzt klappen. Perfekt. Gut. Dann gebe ich mir meinen Bogen wieder. Und wir laufen weiter. Und zwar in geduckter Position. Gucken, was es hier Schönes gibt. Gucken, was es hier Schönes gibt. Das ist nicht sehr schön. Aua. Nein. Das ist der Falsche. Das ist der Falsche. Magie. 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 Flamme. Und, äh... Ja. Aua. Der ist ja böse. Gut. Ähm. Gesundheit. Trank der kleinen Heilung. Habe ich aber nicht mehr viel. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Dann nehme ich mir halt mein... Fruch. Und mein Schwertchen. Äh. Das ist gar nicht gut. Ich habe nicht gespeichert. Ich habe total vergessen, dass man hier so oft speichern sollte. Aber hier lebt ja keiner mehr zum Glück. Aber hier lebt ja keiner mehr zum Glück. Und so kann ich ja hier weiter rauf hin. Perfekt. 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 Dann sollte ich nämlich nochmal hier vorne... Bin ich mal wieder vergiftet. Ach. So. Die stehen hier alle auch schon richtig. Nein. Stehen sie natürlich nicht. Gut. Äh. Ja. Der steht richtig. Der steht richtig. Der steht natürlich nicht richtig und der steht richtig. So. Ich würde sagen erstmal speichern. Zack. Dann, äh, gucken wir mal nach meiner Magie, ob ich irgendwelche Werte auf niedrig hab. Nein. Dann, äh, das macht ja gar keinen Sinn. Objekte. Ausdauer. Gesundheit. Zack. So. Dann nehme ich mir mal den Bogen wieder. Diesmal muss ich etwas vorsichtiger sein. Diesmal weiß ich ja, wer da oben ist. Gut. Ich kann die auch nochmal speichern. Dann mache ich das hier. Am besten. Zack. Hm. Würde ich den von hier aus sehen? Da kommt der, da kommt der, da kommt der, da auch. Von hier aus würde ich ihn nicht sehen. Schade. Schade. Jetzt habe ich ihn gelockt. Der hat aber ein dickes Schwert. Ja, geht er hin? Ja. Ja. Aua. Aua. Na? So, stopp. Jetzt Objekte. Pelzschild. Hm. 20 Punkte bei Drachen. 7. Ich würde sagen, wir nehmen den da. Und wir stehen auf. Ha! Aua. Aua. Boah, ist der heftig. Einmal, äh... Den da. So, und dann hole ich mir... ...ein bisschen Heilung wieder. Aua. Aua. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ähm... Objekte. Einmal. Oh, scheiße. Äh. Ja. Das kann ich machen. Das ist das Verteidigungs. Das ist aber drückte Heilung. So. Ey! Böse! Ganz böse. Gar nicht gut. Laden. Das Ding. Ja. Dringend. So, und jetzt mache ich das nämlich so. Nein. Objekte. Das ist aber drückte starken Heilung. Ich habe ja noch mehr des Volltreffens. des Kriegers falschen. Ich schließe die Tür auf. Und ich hole mir vielleicht mal ein paar gute Pfeile, denn die ausgeschworenen Pfeile, ja genau, die machen so scheiß wenig Schaden. Elfenpfeile. Elfenpfeile. Vier. Oh ja. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Nicht gut. Gar nicht. Gut. Aufnehmen. Weg hier. Lauf, 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 lauf. Na? Komm zurück, du kleiner Schuft. Nicht gut. Gar nicht gut. Objekte. Bogen. Mit den Pfeilen. Wundertrunk. Äh. Kleine Heilung. So. Nein. Oh. Hallo. Nimm den scheiß Bogen auf. Und jetzt lauf weg. Und jetzt? Na? Kommst du auch hier hin? Gib mir den Bogen. Ich mach dich fertig mit dem Bogen. Scheiß Schisser. Scheiß Schisser. Oh, ich hab nur zwei von den geilen Pfeilen. Das ist nicht gut. Oh Gott. Na? Da kommst du ja. Aua. Aua. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Daneben. Gut. Stopp. Objekte. Ich brauch Gesundheit. Zaubertrank der Heilung. So. Weg hier. 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 Manometer, Gold, Vulkanglas, Gewichtwert, Schadengewicht, kann ich auf jeden Fall mal mitnehmen, aber, boah, ey, ist so ein Typ heftig. Oh, ich bin schon wieder ein halbes Level gestiegen, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht, oh mein Gott, sind wir schon lange über der Zeit, okay, ich würde sagen, hier hören wir auf für heute, bis zum nächsten Mal, haut rein.